Hey Leute und willkommen zu Historiker kommentiert T34, das Duell. So, erst einmal ganz großen Dank an all diejenigen, die jetzt auch auf den Channel aufmerksam geworden sind, gerade auch durch die letzten Videos, wahrscheinlich hauptsächlich durch Fury. Da haben ja sehr viele Leute dann auf einmal eingeschaltet. Und wir sind ja mittlerweile auf über 10.000 Abonnenten und es ist ja jetzt schon eine etwas größere Konzerthalle. Und ja, vielen Dank an alle Leute, die jetzt auch mit dabei sind. Aber heute fürs Video ganz, ganz extrem nochmal einen ganz, ganz großen Dank an alle die Leute, die T34, das Duell gewünscht haben, dass ich mir mal darauf, dass ich darauf mal reagiere, hier in dem Format. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Film vorher, bevor diese ganzen Wünsche kamen, habe ich den Film ja mal auf dem Schirm gehabt, aber ich habe ihn noch nie wirklich gesehen. Also ich kannte so Ausschnitte davon und dachte mir so, na okay, typischer russischer Actionfilm halt. Aber ich hatte ihn zwar auf meiner Liste für später mal, aber halt eben für später mal. So, und dann kamen ja jetzt wirklich Unmengen an Kommentaren, die sich das gewünscht haben. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, guckst du dir den Film mal an. Und ich weiß gar nicht, ich weiß ganz ehrlich nicht, wo ich hier überhaupt anfangen soll. Also der ganze Film ist, ich weiß gar nicht, wie man den zusammenfassen soll. Ich hatte auf jeden Fall den Spaß meines Lebens, als ich diesen Film geguckt habe, weil ich nie dachte, dass man einen Film so trashig, aber auf der anderen Seite doch irgendwie halbwegs gut machen kann. Und der Film hat es echt geschafft. Und wie gesagt, ich hatte den Spaß meines Lebens. Und mir ist durchaus bewusst, dass der Film gerade in historischen Kreisen nicht wirklich in gutem Munde ist, was ich auch hier und da wirklich verstehen kann. Auf der anderen Seite, ja, es ist von vornherein, beziehungsweise nicht von vornherein, aber es ist schon definitiv, gehört das so in die Ecke, hochqualitativer Trashfilm. Also ich, also und dafür fand ich ihn tatsächlich sogar richtig gut. Also fangen wir bei der Story an, weil im Grunde genommen die Story, die kann man, die ist so ein Aufhänger für die ganzen Action-Szenen, ja. Und die wird auch in der, so gegen Mitte des Films, wird die auch so ansatzweise etwas tiefgründiger, aber bleibt dann noch relativ oberpflichtig. Es geht im Grunde genommen um einen jungen, angehenden Panzerkommandanten, der sein erstes Kommando bekommt und gerade bei seinem ersten Kampf schafft erst mehrere deutsche Panzer zu zerstören. Seine Mission scheitert jedoch. Er wird, es scheint so, als ob er erschossen wird, aber er wird dann gefangen genommen und kommt in ein Lager. Da verbleibt er dann über mehrere Jahre, beziehungsweise er wechselt die Lager zwischendurch nochmal, versucht mehrfach aufzubrechen. Na gut, er schafft es nicht, aber versucht zumindest mehrmals auszubrechen. Und im letzten Lager, in dem er dann ist, 1944, bekommt er dann die unglaubliche, und da fällt der Film so ein bisschen in die Trash-Sektion ab, bekommt er die unglaubliche Aufgabe, eine Panzercrew zusammenzustellen und einen erweiterten T-34-85 wieder herzurichten und quasi als mobiles Trainingsziel für eine deutsche Einheit herzuhalten. Und das passiert dann, dass die Mannschaft dann noch Munition in dem Panzer findet, die versteckt und dann hat der Panzer auf einmal Munition, als er dann zu diesem Trainingskampf und die ganze Besatzung versucht dann eben, mit diesem Panzer zu entkommen. Und das ist wirklich, ab dem Punkt wird es, ja, guckt es euch an, man kann es gar nicht beschreiben. Es wird einfach grandios, aber gleichzeitig so derbst durchgeknallt. Also da gibt es Szenen, wie da warten drei deutsche Frauen, warten an der Bushaltestelle auf ihren Bus. Aber was kommt natürlich? Anstelle des Busses kommt dann der russische Panzer vorbei mit Inschriften von russischen Städten und holen dann ihre noch befreite Kameradien ab. Ja, Liebesgeschichte gibt es übrigens auch. Und versuchen dann da in Richtung Tschechien, in Anführungszeichen, wobei da so kleine Ungereimtheiten, weil Tschechien zu der Zeit hat ja noch nicht so wirklich existiert und war auch in der deutschen Besatzung immer noch 1944, und versuchen dann dahin zu entkommen. Und dann fahren sie noch bei der Tankstelle vorbei, wo sie dann Diesel-Tanke wollen, auch so ein bisschen so, hm, okay, ja. Und es kommt dann zum großen Endkampf und da werden dann auch noch, wie viele waren es, ich glaube drei oder vier Panther werden dann noch zerstört und dann kommt es dann ganz am Ende, zieht der deutsche Kommandant dann noch seinen Fedehandschuh aus und wirft ihm, dem russischen Kommandanten noch hin und dann kommt es eben zu diesem Endduell und das wird dann entschieden, indem der russische Panzer den Panther dann rammt und in World of Tanks Manier von der Brücke wirft. Also es ist, der Film an sich, die Story ist total Banane. Aber es ist einfach so großartig, dem zuzugucken. Trotzdem, und jetzt kommen wir zu dem Teil, weswegen ich ja eigentlich hier bin, ist der Film technisch gesehen gar nicht mal so schlecht. Er hat viele, viele Stellen, auch viele Passagen, wo er teilweise sogar technisch akkurater ist als Fury. Wobei man bei Fury sagen muss, ja, Fury hat ja sehr viel, sehr viel Augenmerk gelegt darauf, dass man gerade eben die technischen Details und sowas eben sehr akkurat hinbekommt. Die haben ja auch mit richtigen Panzern gearbeitet, also nicht mit Repliken, sondern mit richtigen Panzern. Der einzige fahrende Tiger, richtige Tiger, den es im Moment auf der Welt gibt, haben sie extra dafür benutzt, dann einfach einen Tiger darzustellen und sowas. Also Fury hatte schon mal den Ansatz, technisch akkurat zu sein. An einigen Stellen ist das dann wegen Hollywood, wegen filmischen Restriktionen ist das dann ein bisschen gescheitert. Und diese Stellen nimmt T-34 das Duell jetzt und macht sie besser. Wo man sich so denkt, okay, der Film kam nach Fury raus. Also man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass sie da in Russland gesessen haben, haben sich Fury angeguckt, haben sich gedacht, da stimmen ein paar Sachen nicht. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir machen einen trashigen Actionfilm da draus, der hier von Vaterlands, Stolz und Patriotismus, gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein, nur so strotzt, ja, nehmen aber die Fehler, die Fury macht, bügeln die aus und machen einen teilweise unterhaltsameren, teilweise sogar technisch akkurateren und auf der anderen Seite wieder total trashigen Film da draus. Also ich finde diese Kombination einfach total wirr, aber auch irgendwie total spannend. Also wir haben hier zum Beispiel so kleine Details drin in T-34, das Duell, die sehr, sehr viel Sinn machen. Beispielsweise gerade am Anfang des Films haben wir jetzt keine chronologisch unplausiblen Situationen. Also das wirklich rein vom Material unplausibelste in dieser ersten, sage ich es mal, Panzerschlacht in Anführungszeichen, ist, dass der Führungspanzer der Deutschen mit der falschen Kanone ausgestattet ist. Aber das war es auch im Groben schon. Klar kann man hier und da kann man noch ein bisschen auf kleinere Details eingehen. Beispielsweise die Infanterie benutzt, also die deutsche Infanterie benutzt zum großen Teil Nachkriegskarabiner. Aber was auch verständlich ist, weil 2018, wo der Film rauskam, oder gehen wir mal davon aus, dass der Film 2016, 2017 gedreht wurde, so viele originalgetreue Weltkriegskarabiner gibt es einfach nicht mehr. Und dass man da auf Nachkriegskarabiner umsteigt, wahrscheinlich auf jugoslawische Modelle, so ein bisschen an der Wölbung und sowas sehen kann, das ist verständlich. Aber im Groben, was die Panzer angeht, ist es wirklich, also ist wirklich der größte Fehler, dass wir hier wirklich beim Führungspanzer der Deutschen Panzer 3 Ausführung J haben, der eigentlich mit der L42 besetzt sein sollte. Also mit der L42 Kanone. Hat den Grund, also das Setting ist so kurz vor der Schlacht um Moskau. Das heißt, wir haben hier, es wird kein genaues Datum genannt, aber wir haben hier ungefähr ein Setting Ende September bis vielleicht Anfang Oktober 1941. Und zu dieser Zeit waren die Panzer 3 noch ausgestattet mit den L42 Kanonen. Dass die L60 irgendwann später, also die L60, die wir jetzt hier im Film auf dem Panzer auch angebracht haben, also die längere 50 Zentimeter oder 5, 50 Zentimeter, 50 Millimeter oder 5 Zentimeter Kanone, die wurde serienmäßig erst wirklich gegen absolutes Ende, so Dezember 1941 eingebaut. Das heißt, wir haben hier eine chronologische Unplausibilität von etwa drei Monaten. Das ist aber auch schon so das Gröbste. Aber dann haben wir wieder so kleinere technische Details, wie am Ende sehen wir noch einen Panther mit FG 1250 drauf, also das deutsche Nachtsichtgerät, was dann später auch auf einige Panther angebracht wurde. Ist im Setting 1944 für Frontlinien, Bataillone und Divisionen und sowas nicht wirklich plausibel, aber hier in diesem Setting, was sich der Film ausgesucht hat, nämlich in einem Test-Setting für Test-Szenarien, ist es absolut plausibel, weil 1944, das FG 1250 wurde 1944 in diesen Situationen eingesetzt, bevor es dann Ende 1944, Anfang 1955 dann eigentlich montiert werden sollte. Aber da kam dann eben hier und da auch ein bisschen das Ende des Krieges in den Weg. Also das macht der Film wirklich gut. Eine Sache muss ich dem Film allerdings so ein bisschen nachhalten, weil, ja, Patriotismus hin oder her und ja, es ist ein russischer Film und wie gesagt, die strotzen ja auch manchmal nur vor Patriotismus und da gibt es dann Stellen, da sagt dann der Fahrer, glaube ich, gerade in der ersten Szene noch, ja, wir dienen der Arbeiterklasse oder so. Hm, da kann man noch ein bisschen drüber wegsehen, aber hier und da gibt es dann auch schon Stellen, wo wir dann von historischem Revisionismus sprechen. Gerade in einer der letzten Szenen des Films, da wird dann die Panzerbesetzung nach ihrem Ausbruch, hat natürlich kein Essen, keine richtige Kleidung und sowas und die halten dann in einem Dorf an und wollen sich Essen und Kleidung besorgen. Und einer der Soldaten sagt dann, ja, erwarte Befehl zum Plündern des Dorfes, wo hingegen dann ein anderes Besatzungsmitglied entgegnet, ja, nein, sowas machen wir nicht. Also nach dem Motto, wir Russen plündern nicht. Wo man sagen muss, man muss ja auch bei Zeitzeugen immer hinterfragen, was sind die Motive, was, wieso sagt jetzt der eine das, der andere das, weil auch Zeitzeugen sind immer sehr abweichend in ihren Aussagen. Aber wenn sich Zeitzeugen von 44, 45 in einer Sache ziemlich einig sind, dann, dass die Rote Armee und generell die russischen Truppen nicht wirklich die gnadenvollen Besetzer waren. Und dass es da auch Fluchten in den Westen gab, einfach nur, um von den Westalliierten gefangen genommen zu werden und nicht von den Russen, was dann hier in dem Film so ein bisschen versucht wird umzuschreiben mit, ja, sowas machen wir Russen nicht. Okay, also da muss man auch beim Gucken des Films immer so ein bisschen aufpassen. Das versucht der Film so ein bisschen immer unterschwellig zu kommunizieren. Also dahingehend, wenn ihr den Film guckt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Vorsicht. Also da geht die historische Authentizität dann ein bisschen verloren. Aber konzentrieren wir uns kurz nochmal auf den ersten Kampf dieses Films, weil der ist eigentlich noch relativ gut. Also ich finde persönlich, man kann den Film in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase des Films ist noch so, ja, der Film versucht sich zu etablieren als historischer Krieg. Der Film, auch teilweise mit sehr, sagen wir mal, plausiblen, nicht unbedingt realistischen, aber sehr plausiblen Szenarien. Die zweite, das zweite Drittel des Films ist dann die Gefangenschaft. Da wird dann so ein bisschen umgeschwenkt in dieses, ja, da wird dann die Liebesgeschichte fängt an und das ganze trashige Element kommt so ein bisschen hoch. Und das letzte Drittel des Films ist einfach nur noch, ja, bumm, bumm, glorreich, Explosion. Aber das erste Drittel ist noch recht spannend, deswegen konzentrieren wir uns mehr auf den ersten Kampf. Und hier sehen wir gerade schon zu Anfang, dass die Deutschen mal nicht dargestellt werden, tatsächlich als die großen Dummköpfe, wie sie beispielsweise im Hollywood oftmals sind. Gut, Ende des Films, das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Aber zumindest der Anfang ist noch, sagen wir mal, sehr neutral gehalten, soweit das denn im Kontext dieses Films dann noch geht. Die erste Szene, die wirklich auch beachtenswert ist, meiner Meinung nach, und da findet man wieder den Fury-Aspekt ein bisschen wieder, ist die Hinterhaltsszene. Weil der Hinterhalt ist im Grunde genommen dieselbe Szene wie der Tiger-Hinterhalt in Fury, nur dass hier eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, so ein paar Sachen ausgebessert wurden. Beispielsweise, wir haben hier eine Kolonne von Panzern, nicht nur Panzer, sondern auch gepanzerte Fahrzeuge. Und sie wird eben, sie rollt quasi auf einer Straße nach vorne. Und dann gibt es erstmal eine Ablenkung. Also sie rollen nicht einfach nur strück nach vorne, ohne irgendwie nach rechts und links zu gucken, so wie bei Fury, sondern es gibt eine Ablenkung. Der deutsche Kommandant ist wachsam, er hält vor Eintreten in das Dorf an und bemerkt eben, was er meint zu identifizieren als eine Panzerabwehr. Dementsprechend schickt er dann zwei Panzer los, um diese Panzerabwehr auszuschalten. Aber das war eben nur eine Ablenkung. Und der T-34, der auf der anderen Seite der Straße ist, feuert dann den ersten Schuss. So, beim ersten Schuss, ja, das ist, sagen wir mal, ein geplanter Glückstreffer. Aber es ist so gesehen noch physikalisch möglich, dass dieser erste Schuss zwei Panzer hier in dem Szenario zerstört. Wobei er erstmal nur zwei Panzer durchschlägt. Ob er sie zerstört, ist dann wieder eine andere Sache. Physikalisch ist das noch möglich. Ob es allerdings planbar ist, wage ich in etwa zu bezweifeln. Also wir haben hier das erste Fahrzeug, das durchschlagen wird, ist ein Panzer II. Seitlich im Turm, also die Seitenpanzerung des Panzer II im Turm ist, je nachdem, was für eine Ausführung das ist, entweder 13 oder bis zu 15 Millimeter dick. Und bei einer Kampfdistanz von, was haben wir hier, ungefähr 100 Metern, dass die Granate der Russen da noch komplett durchgeht. Das ist noch plausibel. Ob sie dann allerdings die Flugbahn behält und dann noch zielgenau in den Panzer dahinter einschlägt und dann explodiert, nennen wir es mal einen geplanten Glückstreffer. Was dann aber, und da kommen wir jetzt wieder zum Fury-Teil, was da aber wieder sehr gut dann passiert ist. Der deutsche Kommandant weiß jetzt, okay, da in diesem Heuballen ist ein russischer Panzer. Und der russische Panzer verschwendet, nicht so wie der deutsche Tiger in Fury, keine Zeit. Der russische Panzer, er setzt gerade noch mal einen nach und zerstört gerade noch einen Panzer. Dann sind wir dann bei drei Panzern gegen null. Was ja auch von einigen Leuten hier und da auch kritisiert wurde. Ich lese mal kurz, hier habe ich hier auf meinem zweiten Monitor, habe ich mal aufgemacht ein paar Kommentare, weil es haben sich ja nicht nur Leute T-34 das Duell gewünscht, sondern es haben auch ein paar Leute dagegen argumentiert. Und hier ein kurzes Zitat. Oh ja, dieser publige Russenfilm, da werden schon in der ersten Schlacht drei deutsche Panzer zerstört, ohne dass der Russe auch nur einen Treffer abbekommt. Zitat Ende. So, und was ich ganz spannend fand, dass man das jetzt hier an diesem Film kritisiert, also diese Szene, dass wirklich ein Hinterhalt passiert und dann werden drei Panzer abgeschossen, das wird kritisiert. Wobei es in Fury genau gegenteilig argumentiert wurde. Also da saßen dann die Leute auch in den Kommentaren und haben geschrieben, ja, wenn dieser Film realistisch wäre, dann wären schon drei Panzer oder zwei oder drei Panzer, hat dann in den Kommentaren auch ein bisschen hin und her geschwankt, wären schon zerstört worden, bevor der Tiger überhaupt aufgeklärt wurde. Ja, da kann man so nichts weiter drüber erzählen. Die Sache ist halt nur, hier wird es, sagen wir mal so, sogar richtig gemacht. Und noch eine Sache, die hier im Gegensatz zu Fury noch ein bisschen realistischer gemacht wird. Ich habe ja über das Ausrücken aus dem Nebel bei Fury bei dem Kommentar auch was gesagt. Und hier wird es eben so gemacht, wie es eher im Lehrbuch steht. Also hier hat man sich die Szene bei Fury anscheinend auch angeguckt und dann ein Lehrbuch zur Hand genommen und hat sich dann gesagt, okay, im Lehrbuch steht es aber anders. Nämlich, nachdem der russische Panzer jetzt aufgedeckt ist, aufgeklärt ist, geht er nicht vorwärts aus der Deckung raus, sondern zieht sich rückwärts zurück, präsentiert immer noch die Frontpanzerung, vergrößert die Kampfdistanz, weil Panzer III im 41er-Setting hatten eben auf mittlere und große Kampfdistanz absolut keine Chance, vor allem mit der L42, die russischen T-34 frontal zu durchschlagen. Deswegen, der russische Panzer vergrößert die Kampfdistanz, zieht sich nach hinten zurück und hat sogar laut dem Kommandanten noch eine alternative Position vorher festgelegt. Wo ich sagen muss, Lehrbuch gelesen, Fury gesehen, gut umgesetzt. Und dann wird der ganze Kampf, geht dann in eine sehr lange, sehr weit ausgezogene Szene, die meiner Meinung nach sogar ein bisschen kürzer gestaltet hätte werden können. Aber zu der Szene muss ich noch sagen, dass mir hier zwei Sachen noch sehr gut dran gefallen und die haben weniger was mit den Panzern zu tun, sondern tatsächlich mit der Infanteriekriegsführung. Also wir sehen hier, in diesem Kampf im Dorf sehen wir eben noch zwei Situationen, wo Infanterie gegen Infanterie und eben auch Infanterie gegen Panzer und auch Infanterie im Verbund mit Panzer kämpft. Und da gibt es zwei Stellen, die mir persönlich sehr aufgefallen sind. Nämlich habe ich vor einiger Zeit das Glück gehabt, noch mit einem deutschen Veteranen sprechen zu können. Mit einem historischen Zeitzeugen, geboren 1916, gestorben 2014, der während des Zweiten Weltkrieges eben Panzergrenadier war. Und er hat mir erzählt, dass die Panzergrenadierer damals im Dritten Reich wohl auch immer gesagt bekommen haben, ja, ihr seid mitunter die Elite der Nicht-Elite und eure Aufgabe ist es, neben den glorreichen Panzern herzumarschieren und es wurde dann auch so den Rekruten eingebläut. Allerdings, was dieser Werte her, mit dem ich mich dann unterhalten konnte, eben auch gesagt hat, ist, dass es im Grunde genommen ein sehr undankbarer Job gewesen ist. Weil im Grunde genommen, der Job eines Panzergrenadiers zu der Zeit war es, neben dem Panzer herzulaufen und sich selbst damit quasi zum Ziel zu machen. Also man kann sich das so vorstellen, Panzer ist ein hochwertiges, taktisches Ziel. Er ist groß und er ist laut. Und das ist so ziemlich alles, was normale Infanterie für sich selbst nicht möchte. Und was dann im Grunde genommen passiert, entweder wird zuerst der Panzer beschossen, wie es dann hier im Film dargestellt wird, und direkt danach die Infanterie, wie es eben hier eins zu eins so vorkommt, oder die Infanterie hat Pech und die Infanterie wird zuerst beschossen und danach der Panzer. Also im Grunde genommen, diese Taktik war nicht, also war laut Aussagen dieses Zeitzeugen nicht wirklich gerne gesehen bei denjenigen, die sie dann durchführen mussten. Eine andere Szene, die hier noch so ein bisschen gezeigt wird, ist, obwohl das mehr oder weniger subtil dargestellt wird, ist auch eben von demselben Zeitzeugen, der eben auch Probleme hatte an der Ostfront und auch mit seinen Kameraden oftmals debattiert hat über die Probleme, die es an der Ostfront gab. Und zwar, die deutsche Rüstungsindustrie war ja immer sehr bedacht auf technische Überlegenheit im Sinne, dass man immer den stärksten Panzer haben sollte und das am schnellsten feuernde Maschinengewehr und das am weitesten feuernde Scharfschützengewehr etc. Was allerdings in der Realität oftmals, laut Zeitzeugenaussagen hier, nicht wirklich angebracht war. Weil hier haben wir auch eine Szene, wo deutsche Soldaten schießen, 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 so schnell sie können, aber dann irgendwann das Problem haben, dass ihre Waffen zu schnell schießen und dann zu schnell die Munition einfach leer ist. Wohingegen die russischen Waffen langsam feuern, aber eben durch dieses langsame Feuern auch mehr Munition als Reserven noch mit dabei haben. Was wohl auch damals oftmals zu Frustrationen in der Truppe gesorgt haben soll. Aber wie gesagt, Zeitzeugenaussagen ist natürlich immer so ein, ja okay, ich hatte jetzt das Glück, mit einem Zeitzeugen darüber zu reden, aber wirklich verlassen kann man sich auch auf einzelne Zeitzeugenaussagen eben hundertprozentig nicht. So, das erstmal so als erstes Video. Es ist jetzt glaube ich auch schon ein bisschen länger geworden wieder zu T34, das Duell. Ich kann nochmal, wenn ihr Bock habt, detaillierter auf einige Szenen hier im Film eingehen. Das, ja, würde mir wahrscheinlich auch sehr viel Spaß machen, da noch kleinere Sachen da ein bisschen auseinanderzunehmen sozusagen. Aber alles in allem bin ich immer noch sehr verwirrt von diesem Film. Also ich fand ihn gut auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach nur, man kann ihn mit Freunden einer Flasche Wodka oder auch drei Flaschen Wodka an einem Abend gucken und kann eine richtig schöne Zeit haben. und gleichzeitig versuche ich dann wieder so tiefgründig zu sein mit Leben im Gefangenenlager und ja, wie gesagt, ich bin sehr verwirrt, was dieser Film eigentlich aussagen soll und bin gespannt auf eure Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht zu was anderem, vielleicht auch wieder zu T34, vielleicht auch wieder zu was ganz anderem und bis dahin. Ciao. Ciao.